Drei Fragen, drei Antworten. Heute mit Melanie Herrmann. Melanie, du bist Expertin für Antifeminismus, Antisemitismus und Verschwörungsideologie und du promovierst aktuell an der Leibniz-Universität in Hannover zum Verhältnis von Antisemitismus und Antifeminismus im Rechtsterrorismus und neben zahlreichen Publikationen und Vorträgen hast du auch lange für die Amadeo-Antonio-Stiftung im Projekt No World Order gearbeitet. Das Projekt existiert bereits seit 2015, war also wirklich wegbereitend, eben weil für antisemitismuskritische Analyse Verschwörungsglaube schon lange, ich will fast sagen, schon immer relevant war und ist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielleicht muss ich dazu noch zwei kleine Ergänzungen sagen. Einmal zum Projekt No World Order, das wurde ins Leben gerufen von meinem lieben ehemaligen Kollegen Jan Rathje, der auch immer noch zu dem Themenkomplex arbeitet und das finde ich so wichtig zu sagen, weil ich habe auch ganz viel davon profitiert, dass der das so auf den Weg gebracht hat. Genau und das Projekt gibt es jetzt heute leider nicht mehr, dafür viele andere tolle Projekte zu den Themen bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und vielleicht noch als Ergänzung zu meiner Dis, ich versuche den Rechtsterrorismus zu vergleichen oder also ich habe mir einen rechtsterroristischen Attentäter ausgesucht, der neun Generation von Ego-Shooter-Attentätern und vergleiche den mit Incels und School-Shootern, weil ich gucken wollte, inwieweit es da Überschneidungen und was für Unterschiede und Überschneidungen es gibt, weil ich gesehen habe, dass es überall diese Bezugsrahmen gibt, wo Antisemitismus und Antifeminismus eine Rolle spielen und irgendwie so ein Verschwörungsglaube, die Legitimationsgrundlage bildet für deren Taten und irgendwie auch einen starken Einfluss darauf hat, wie die sich so als Subjekte identifizieren, also wie die sich in der Welt verorten, worüber die sich definieren und so. Genau, da bin ich gerade mittendrin. Ja, danke. Jetzt hast du schon so fast eine sehr gute Brücke zu der ersten Frage, die ich dir stellen wollte, gemacht. Und zwar würde ich dich nochmal fragen, wie würdest du denn zusammenfassen, den Zusammenhang zwischen Antisemitismus, Verschwörungsglaube und Antifeminismus? Ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Frage, da könnten wir jetzt aus dem Seminar mehr wichtig zu machen. Also ich glaube, worauf man es ganz gut runterbrechen kann, ist einmal, dass es eine Art von antimoderner Abwehrhaltung ist. Also alles, was so negativ mit Moderne assoziiert wird, so was Abstraktes, Uneindeutiges, irgendwie auch so widersprüchlich, widerständiges zum Teil auch. Das wird ganz häufig einerseits mit widerständigen Frauen assoziiert und andererseits mit dem Juden, in Anführungszeichen, also aus antisemitischer Perspektive betrachtet. Und beide Ressentiments, also sowohl Antisemitismus als auch Antifeminismus, treten sehr häufig zusammen auf, ineinander verschränkt, beziehen sich aufeinander, benutzen die Stereotype des jeweils anderen und so weiter. Und das lässt sich historisch eigentlich auch ganz gut ablesen, dass das ganz häufig als so ein Backlash erfolgt zu Emanzipationsbewegungen. Also das, was wir heute zum Beispiel in jedem irgendwie verschwörungsideologisch rechten Forum finden, so diese Vorstellung, in Anführungszeichen, die Juden haben den Feminismus erfunden, um die Männer ihrer Rolle als Ernährer und Versorger und Kämpfer zu entfremden und Frauen zu vermännlichen und denen einzureden, sie sollen keine Kinder mehr kriegen und so weiter. Und die Geburtenrate zu senken dadurch, also diese Erzählung vom großen Austausch. Und gleichzeitig werden rassistisch markierte Menschen ins Land geschleust, um zu überfremden, in Anführungszeichen, und so zu einem Volkstod zu führen. Das ist so eine ganz gängige, gerechte Verschwörungsideologie, die super alt ist, aber die auch gerade total modern ist, also die eigentlich überall auftaucht. Bei den Attentätern, mit denen ich mich beschäftige, in allen möglichen verschwörungsideologischen Kreisen und über Corona haben wir gesehen, ist sie auch so ein bisschen salonfähig in der Mitte der Gesellschaft, was auch immer das bedeuten soll, aber nur also so für eine breitere Gesellschaftsschicht geworden. Und dieses Narrativ ist super alt und das finden wir immer wieder und also zum Beispiel in der deutschen Geschichte auch so um die Jahrhundertwende schon im Zuge von jüdischer und Frauenemanzipationsbewegung Also damals haben schon Leute, die eh schon als grüne Antisemiten bekannt waren, so wie Langemann, die haben dann die Wettern gegen den Feminismus, gegen die Demokratie und gegen den Bolschewismus oder Kommunismus. Und gleichzeitig sehen die das alles als eine jüdische Finte, um sozusagen das deutsche Volk zu bedrohen. Und sowas sieht man dann im Laufe der Geschichte immer wieder. Also es appt dann nach dem Krieg zum Beispiel ab, also nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Shoah und so weiter, irgendwie mit so wirtschaftlicher Aufschwung, eher so Rückbesinnung auf konservative Werte und so weiter und kommt dann wieder ganz stark zurück in den 60ern. Also sowohl in Deutschland mit der 68er-Bewegung als auch zum Beispiel in den USA im Zuge von auch so schwarzer Emanzipationsbewegung und so weiter. Also sozusagen immer da, wo so eine gesellschaftliche Emanzipation nach vorne drängt, wo die dazu auch führen soll, dass so gesellschaftliche Kategorien aufgeweicht werden oder erweitert werden oder aufgelöst. Also wo gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse in Frage gestellt werden und auch die Identitäten, die da dran gebunden sind. Männlichkeit, Weiblichkeit, Weißsein, Schwarzsein, Jüdischsein, wie auch immer. Immer da erstarkt das. Das ist sozusagen der historische Blick. Weil ich jetzt sozialpsychologisch auch arbeite, finde ich es wichtig auch zu gucken, was ist aber das, was da eigentlich passiert, weil sonst klingt es immer so, als wäre eigentlich alles total cool, wenn man gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse nicht in Frage stellt, weil dann gibt es nämlich auch keinen antisemitischen oder antifeministischen Backlash. Das ist natürlich Quatsch, weil das ist nur da nicht so getriggert sozusagen, weil das eh schon der Konsens ist. Also in einer Gesellschaft, in der beispielsweise weiße Männer überhaupt gar nicht fürchten müssen um ihre gesellschaftliche Legitimität oder ihren gesellschaftlichen Status, haben die auch nicht unbedingt die Veranlassung da besonders stark irgendwie gegen vorzugehen. Das ist so die eine Sache. Und die andere Sache ist Antisemitismus und Antifeminismus bzw. Misogynie, also Frauenfeindschaft oder Feindschaft gegen alles, was nicht männlich ist, kann man viel eher sagen. Das ist ein integraler Bestandteil von bürgerlicher Vergesellschaftung. Also davon, wie wir selber als Individuen sind, wie wir uns reproduzieren, wie wir sein müssen, um an dieser Gesellschaft teilzuhaben und wie diese Gesellschaft funktioniert als ein System idealtypisch. Das heißt, das ist immer auch was, womit innere Konflikte abgewährt werden. Also bei Misogynie eine Abspaltung aus einer männlichen Perspektive von all dem, was weniger Teilhabe an Gesellschaft bedeutet. Alles, was weiblich assoziiert ist, das irgendwie von sich wegschieben, damit auch gleichzeitig Ängste vor Abhängigkeit sich absolut autonom fühlen und so weiter. Genau. Also das sind sozusagen innere Konflikte, die damit abgewährt werden. Und in Bezug auf Antisemitismus kommen da eben auch noch eigentlich gesellschaftliche Sehnsüchte hinzu. Also all das, was wir uns gesellschaftlich verbieten müssen, um Teil dieser Gesellschaft zu sein. Also die Unterdrückung der inneren Natur würde die kritische Theorie sagen. Das meint eigentlich nichts anderes als, ich muss mich in gewisser Weise zurichten, damit ich überzeugendes bürgerliches Subjekt sein kann. Und auch das wird abgespalten und projiziert auf ein anderes. Und das Spannende an dieser Projektion ist, dass die so gut funktioniert bei manchen Leuten, dass die nicht mehr mehr wissen, dass es eigentlich ihres ist, ihr eigenes. Nur ganz, ganz tief, ganz unbewusst ist einem das noch klar. Und gerade weil das aber irgendwie noch klar ist, dass es doch zu mir gehört, habe ich umso mehr Angst davor, dass es mich quasi wieder einholt. Und muss ich es umso stärker bekämpfen. Also das ist sozusagen, und das verbindet auch Antisemitismus und Antifeminismus beziehungsweise Misogynie auf eine spezielle Art und Weise, dass es nicht nur das Fremde, sondern immer auch das eigene ist, dass ich besonders fürchte und dass ich besonders stark abwehren muss. Und dass ich unbedingt bekämpfen will in dem anderen, damit mir das bloß nicht zu nahe kommt. Und dass ich aber gleichzeitig auch, nachdem ich mich auch sehne, dass ich nicht so komplett sozusagen, also bei Misogynie gibt es ja auch sozusagen eine Verbindung. Ich kann mich nicht komplett lösen. Und gerade dieses nicht sich ganz lösen können und gleichzeitig Angst haben, das macht sozusagen so die spezielle Gefährdung auch aus. Und das große Gewaltpotenzial, was da drin steckt. Genau. Und das alles, also das ist immer schwierig, da muss man sozusagen immer hin und her pendeln. Ich würde sagen, alles, was im Subjekt passiert, passiert auch gesellschaftlich und vice versa sozusagen. Also das hat beides eine Wechselwirkung aufeinander. Das heißt, es gibt einmal innere Konflikte, die ich abwehre als Subjekt in der Gesellschaft. Und es gibt aber auch kollektive Konflikte, die man gesellschaftlich abwehrt durch die Projektion auf ein anderes. Also bei Antisemitismus ist es zum Beispiel sehr klar, die Fantasie vom inneren Zersetzer, die die Volksgemeinschaft braucht, damit sie sich selber erklären kann, warum noch nicht alles so super ist, wie es eigentlich sein müsste. Das ist sozusagen die Möglichkeit, das, was als unerwünscht gilt im eigenen Volkskörper, das projiziert man auf ein anderes. Genauso wie das Subjekt, also weitgehend genauso wie das Subjekt, das eigene abgespaltene auf ein anderes projiziert, funktioniert es auch als kollektiver Prozess. Und das, was sich kollektiv macht, das wird dann zu einer gesellschaftlichen Wahrheit. Also das, wenn es alle machen, dann stimmt es auch irgendwann. Wie man im Nationalsozialismus gesehen hat, dann ist das nicht mehr der kollektive oder es ist immer noch ein kollektiver Wahn, aber es ist auch eine gesellschaftliche Realität, die alle annehmen. Also anstatt sich Hilfe zu suchen, sucht man die Volksgemeinschaft und er lässt die Nürnberger Gesetze. Und beim Antifeminismus und bei der Misogynie ist das eh nicht. Da gibt es so viele Überzeugungen, die gesellschaftlich so stark tradiert sind, dass die nicht mal mehr ausgesprochen werden müssen, sondern wir glauben das einfach gemeinsam, ob wir wollen oder nicht. Und darauf greife ich dann zurück. Also Rolf Pohl zum Beispiel beschreibt das so, die inneren Konflikte, die ich erlebe in der Gesellschaft, die überschreibe ich ideologisch oder die werden ideologisch überschrieben. Das heißt, ich verleihe denen einen kollektiven Sinn und dadurch sind sie für mich leichter auszuhalten. Dann ist das nicht mehr irgendwie was extrem Unangenehmes, was nur in mir stattfindet, sondern das ist ein kollektives Unangenehmes, für das ich auch direkt eine Lösung und einen Feind habe sozusagen. Und das ist, um es nochmal zu sagen, aber das Gegenteil von der tatsächlichen Kollektivierung von Leid, weil ich mich nicht wirklich damit beschäftige, woran ich leide, sondern ich projiziere das auf ein anderes. Genau. Das war jetzt eine sehr lange Rede, das tut mir sehr leid und extrem kompliziert. Ich glaube, es ist so, wenn man gerade in einer Diss steckt. Aber vielleicht fragen Sie sonst nochmal zu einzelnen Sachen. Alles gut, genau. Ich habe ja auch eine sehr umfassende Frage gestellt. Und ich fand das eben sehr plastisch, diese Wechselwirkung von Gesellschaft und Subjekt, die du beschrieben hast, als auch die historischen Kontinuitäten. Ich hätte dich nämlich jetzt als Zweites gefragt, und ich glaube, die historischen Kontinuitäten sind ja schon klar geworden, aber gerade während der Corona-Pandemie haben wir eine deutlich gestiegene Verbreitung von Verschwörungsideologie feststellen können oder waren mit der konfrontiert. Und seitdem gibt es auch wieder eine breitere gesellschaftliche und wissenschaftliche Debatte darüber. Und Corona hat jetzt als Mobilisierungsanlass aber ja nachgelassen. Und mich würde interessieren, wie ist so dein Blick gerade, welche Themenfelder oder Kontexte nimmst du wahr, wo es eine stärkere Verbreitung oder Anwendung von Verschwörungsideologie gibt, aktuell? Also ich würde sagen, es bindet sich meistens an Krisen. Und zwar glaube ich auch nicht nur so zweckrational wie, jetzt haben wir Corona nicht mehr, womit können wir uns jetzt beschäftigen, sondern schon auch im Sinne von Krisen sind ja auch verunsichernd und irgendwie lösen bestimmte Gefühle auch an Leuten aus. Also Angst, Wut, Ratlosigkeit, Verzweiflung. Und da sieht man schon, dass um solche Ereignisse herum, je skurriler oder je tiefgreifender, je umfangreicher sie sind, desto stärker werden dann eben auch so verschwörungsideologische Narrative verbreitet drumherum. Also wir haben es beim Krieg von Russland und der Ukraine, also dem Angriffskrieg durch Russland auf die Ukraine gesehen. Da gab es nochmal ein großes Erstarken, viele personelle Überschneidungen eben auch. Also auf den Demos konnte man es ganz gut erkennen. Und auch, dass da tatsächlich, also gerade am Anfang des Krieges auf den Demos auch viel irgendwie so alles in einem abwascht. Dann wurde, dann ging es um Russland und die Ukraine, aber auch noch irgendwie um Zwangsimpfungen oder so. Also es wird schon auch immer, diejenigen, die ja so Hardliner sind und ein geschlossenes Weltbild haben, die bringen schon auch so die Erzählungen immer wieder mit rein. Das gehört dann halt dazu irgendwie. Dann jetzt die Wahl in den USA ist ein Tummelfeld dafür. Also so dieses ganze QAnon, alles was sich so um Trump irgendwie rankt, das ist so extrem verschwörungsideologisch überbaut. Also es ist ungefähr, also da gibt es ein großes Segment an Leuten, von denen ich sagen würde, dass die sich eigentlich schon komplett von jeglichem rationalen Zugang zum Weltgeschehen verabschiedet haben. Das ist nur noch Geschichte sozusagen. Also es wird nur noch eingefasst im Narrativ, dass man so braucht, was jetzt irgendwie passt. Auch so ein bisschen egal, was dann noch passiert. Also es gibt für alles eine Antwort. Da ist auch das Weltbild schon geschlossen. Israel, Palästina ist natürlich auch wahnsinnig schwierige Gemengelage. Und also da würde ich auch sagen, das ist natürlich immer auch so ein Ding in Konflikten, die gerade angehen, ist es auch manchmal schwierig zu wissen, was jetzt eigentlich wie ist. Aber da lässt sich zum Beispiel relativ gut ablesen, wie Dinge unterschiedlich gedeutet werden können und wie das auch in eine verschwörungsideologische Richtung gehen kann. Also wie man sozusagen eine bestimmte Lesart für was haben kann, was dann daraus was macht oder was dem eine andere Bedeutung verleiht. Und also in Bezug auf Israel finde ich zum Beispiel immer sehr bemerkenswert, dass Pinkwashing so eine Erzählung ist, die Leute tatsächlich verbreiten. Also ich meine, so eine offene Kritik an der jetzigen israelischen Regierung oder so. Das ist ja auch was, was die überwiegende Mehrheit der Israelis teilen, muss man ja so sagen. Und ist ja auch total in Ordnung. Aber dann mit sowas um die Ecke zu kommen und zu sagen, Land würde liberale Gesetze für queere Menschen nur schaffen, um damit davon abzulenken, dass sie eigentlich einen Genozid planen. So, das meine ich. Also das ist sozusagen, das ist auch eigentlich die schwierigste Form von Verschwörungsglauben, weil wenn jemand einfach komplett was erfindet, dann kann man eh nicht mehr reden. Dann ist sozusagen, also alles, was mit QAnon oder so zu tun hat, da ist sozusagen Hopfen und Malz verloren. Das ist so ein bisschen wie mit Leuten über Gott zu diskutieren oder so. Aber wenn Leute erstmal teilweise Fakten heranziehen und die dann, die vielleicht auch irgendwie miteinander korrelieren und die dann in eine Kausalität zusammensetzen, sodass man nicht einfach die einzelnen Aspekte widerlegen kann, sondern eigentlich nur darüber reden muss, wie das interpretiert wird. Das ist ganz schwierig. Und das ist was, was gerade in der Linken, finde ich, viel passiert und was extrem anstrengend ist. Ja. Danke, da klümpft vielleicht auch sehr, sehr gut die abschließende Frage an. Denn auf der Fachtagung der kölnischen Gesellschaft, ein Schritt nach vorn, zwei Schritte zurück, soziale Bewegung und politische Bildungsarbeit im Kampf mit oder gegen Antisemitismus, die am 25. September in Köln stattfindet, wirst du ja die Keynote unter dem Titel Antimoderner Abwehrkampf halten. Und du hast jetzt ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie auch gerade in sozialen Bewegungen Sachen ja sehr umkämpft sind mit unterschiedlichen Deutungen etc. Und ich würde dich einfach zum Abschluss noch fragen, was wird dein Fokus bei dieser Keynote sein? Worauf können wir uns da freuen? Also bisher denke ich, dass ich einfach darüber spreche, was mich in letzter Zeit am meisten beschäftigt. Und das ist, wie kann sowas eigentlich gut funktionieren mit sozialen Bewegungen bzw. wo muss man da eigentlich ansetzen? Wie muss Kritik aussehen? Was braucht zum Beispiel auch eine Linke gerade, um wieder oder immer noch, wie auch immer, emanzipatorische Politik zu machen? Und da würde ich sagen, das was mir aufgefallen ist, sowohl in den Räumen, in denen ich mich bewege, als auch bei Männerdys jetzt, als auch bei der politischen Bildungsarbeit, die ich vorher gemacht habe, ist, dass es eine nachvollziehbare Sehnsucht nach Eindeutigkeit gibt. Und das kann ich umso mehr bei Leuten verstehen, die nochmal viel schwerer zum Beispiel von gesellschaftlichen Widersprüchen, also von gesellschaftlicher Diskriminierung und Herrschaftsverhältnissen betroffen sind, weil sie zum Beispiel nicht weiß sind, weil sie nicht cisgeschlechtlich sind, weil sie queer sind, weil sie vielleicht nicht able-bodied sind, you name it. Es gibt viele unterschiedliche Gründe, warum man gesellschaftlich diskriminiert wird. Und ich kann total nachvollziehen, dass wenn man entweder selber betroffen ist oder mit Menschen arbeitet, die betroffen sind, dass man ganz, ganz starke Sehnsucht danach hat, das auflösen zu können. Das ist auch eine berechtigte Sehnsucht, finde ich, weil warum sollte man das hinnehmen wollen? Und ich glaube, der Punkt ist dann, es wird immer so gerne gesagt, es gibt kein Richtiges im Falschen und das würde ich auch sagen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass eines dann nicht davon entbindet, es zumindest zu versuchen, es besser zu machen, weil für manche Leute ist das ein Todesurteil, wenn man das nicht versucht. Und das sollte man auf jeden Fall, also damit möchte ich mich auch nicht zufrieden geben. Und dann würde ich mir wünschen, dass man kollektiv in solchen Strukturen eine Lösung dafür findet, diese Widersprüche und die Ängste, die damit verbunden sind, gemeinsam auszuhalten. Weil ich glaube, nur ein dialektisches Verständnis von Gesellschaft, also ein Verständnis von Gesellschaft, wo ich akzeptiere, dass Widersprüche entstehen immer. Also ich werde immer hinter meinen Idealen zurückbleiben. Ich werde das nicht einfach auflösen können, solange die gesellschaftlichen Verhältnisse so sind, wie sie sind. Und deswegen brauchen wir sozusagen, glaube ich, einen gemeinsamen Prozess, in dem man das lernt zu verstehen. Und in dem, finde ich auch, dass viel höher gewertet wird, sich auf den Weg zu machen und egal wie viele Schritte zurück, ehrlich gesagt, sondern halt zu versuchen, zu verstehen und damit zu arbeiten. Das ist, glaube ich, ein extrem langer, sehr kurviger Weg. Der geht nicht geradlinig nach vorne und das ist okay. Und es gibt selten den Moment, wo man denkt, jetzt habe ich alles verstanden. Und ich würde sagen, wenn man das denkt, dann hat man auf jeden Fall was falsch gemacht. Also weil, das kommt mir in der politischen Bildungsarbeit, ist mir das so oft begegnet, dass Leute eigentlich gerne von mir Bildungsangebote wollten, wo sie sich danach super empowert fühlen, dass sie jetzt alles über Verschwörungsideologien wissen. Und das ist halt Quatsch. Ich weiß auch nicht alles darüber, obwohl ich schon ewig mich damit beschäftige. Und das ist in der Natur der Sache. Wenn man wirklich sich mit was auseinandersetzen will, dann ist man nicht am Ende der Fahnenstange irgendwann. Und das ist auch in Ordnung. Und manche Sachen versteht man vielleicht weniger gut. Das ist auch okay. Das ist aber gut, das zu wissen. Also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn Leute denken, sie wissen alles und aber eigentlich relativ wenig wissen. Und ich glaube, dafür braucht es auch eine größere Offenheit, dass es okay ist, nicht alles zu wissen und dass man sich gegenseitig darin hilft, Sachen zu verstehen. Dass man das akzeptiert, dass manche Leute Dinge besser wissen, als man selber und man denen vielleicht ein bisschen mehr vertraut oder von denen lernt und sich da so durchwurschtelt. Weil ich glaube, das Durchwurschteln, das ist eigentlich das, was das Wichtigste daran ist. Also so vielleicht auch wirklich ein Gefallen daran zu finden, Dinge zu lernen und immer wieder zu hinterfragen und damit zu arbeiten und so. Dass das auch was Lustvolles haben kann, dass das einen nicht beängstigen muss. Ja. Und ich glaube, gerade so in der Beschäftigung mit diesen Attentätern die ganze Zeit, muss ich total viel an Adorno und hier die Erziehung zur Mündigkeit denken. Weil der sagt da drin, ganz viel von dem, was wir machen, was so furchtbares Leid produziert. Also auch zum Beispiel Verschwörungsideologien verbreiten. Das ist eigentlich eine Angstabwehr. Also eigentlich wehren wir damit Angst ab, sowohl gesellschaftlich als auch individuell. Und seine Idee ist, vielleicht könnte das helfen, einen Raum zu schaffen, in dem man erstmal es aushält, diese Angst zuzulassen, die man so ganz mit Macht abwehren will die ganze Zeit, um dann dadurch erstmal zu verhindern, dass man so viele furchtbare Gegenstrategien entwickeln muss, um diese Angst von sich fernzuhalten, sondern einfach erstmal auszuhalten, dass diese Angst total berechtigt ist in der Welt, in der wir leben. Und dass man halt das nur gemeinsam aushalten kann, sozusagen. Das finde ich eigentlich richtig schlau. Vielleicht kann man das vergleichen mit die Leute, die Therapie gemacht haben, die werden das wissen. Man stellt meistens in der Therapie fest, dass so das Trauma, das man vielleicht hat, oder die blöden Sachen, die man erlebt hat, am Ende meistens gar nicht so schlimm sind, wie die tausend Coping-Strategien, die man entwickelt hat, um das nicht fühlen zu müssen. Und die man sich dann ganz, ganz mühsam wieder abgewöhnen muss. Und ich glaube, ein bisschen so ist das auch von Adorno gemeint, auf so einer bisschen komplexeren gesellschaftlichen Leben. Ja. Okay, vielen Dank. Dann, genau, sehen wir uns am 25. September wieder. Und ich freue mich auf den Aufschlag, den du jetzt gerade schon ein bisschen gemacht hast, auch zu überlegen, wie können Räume geschaffen werden, wo können Schnittstellen sein von politischer Bildung und Bewegung und wie kann eine Reflexion und ein Denken in einem dialektischen Verständnis irgendwie aussehen. Vielen Dank. Danke dir.